So und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landwirtschafts-Naget 2022 Oh oups, ich hab heute ein Stein ist in der Eisenbahn, das ist natürlich nicht geil zu machen Wupp 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 So Jetzt aber Ähm Ja Ich, äh Ich, äh, hatte gerade keine Wissen Einfach wieder so auszunehmen Deswegen Bin ich jetzt einfach nur ein bisschen bei den Gang bei Verdammt, ey Immer wenn ich diese verdammten Leiste anwacke, muss ich die Fernbedienung und das ist so nervig Was glaubt ihr gar nicht Meine du die Hände Hör mal an Das ist wieder noch ordentlich Ach, das ist jetzt schon Hier Mach die da hünder schießen, bitte Und! Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hä? Äh? Äh? Ich schmeiß ein, ob wir da rein Ich muss mal gucken Äh? Äh? Ich habe, ein Ich w트� Ich warte, ein Index Der Ich warte, ich Ich warte, ein Ich warte. Der ich Glocken In Okay. Ja, perfekt. Hier, alle, die macht alle. So. Und dann wieder war das hier. Sehr schön. Übrigens, solltet ihr, äh, Spielewünsche haben, dürft ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil, wäre natürlich schon toll, weil ich mir irgendwann mal eine kleine Community aufbauen kann. Ja, ich hab auch einen Discord-Server, an dem ich, äh, ein bisschen umwerke. Ich hab noch eine so gut Ahnung von, äh, Discord. Aber ich geb dann das das, damit die einigermaßen, äh, damit auch einigermaßen was wird. Ähm, ist aber halt auch echt nichts, äh, Speziales, ne? Kann man ein bisschen schweigen, ähm, ich versuch dann möglichst, äh, über die Spiele bisschen reinzupacken. Zum Beispiel, wenn man neue Videos kann. Oder, ja, weil jemand aus der Community, äh, Vorschläge hat, was ich machen könnte. Zum Beispiel, äh, bei Abversicht und alles. Also, ja. Ich bin für Vorschläge sehr aktiv. Aber da müssen wir natürlich auch welche können, ne? Aber da müssen wir ja gerne mal gucken. Auch da müssen wir ja gleich sehen. Also, ich bin für Vorschläge, aber kann es nicht normalen. Ich bin für Vorschläge sehr aktiv. Ich bin für Vorschläge einfach, hey, wir müssen hier, was wir schon beitragen. Ich bin für Vorschläge, wir müssen hier auch nicht mehr. Also, ich bin für Vorschläge oder, wisse. Oh, das war ich hier ... Oh, das war ich hier. Oh, ich fühle mich, das war ich hier ... Das war ich hier, was ich hier. Ich bin nicht fertig. Ich bin aber fertig, okay, aber es war ich hier. Ich kann das mal wieder stehen, dann schaffen wir das weiter. Aber hier. Das ist ziemlich nichts zu dem. O-dup, o-dup. Hier geht er. Überall ist alles. So. Wir fahren wieder hoch. Das ist der und dann sammeln. Ich hoffe auch, dass jetzt bei der Folge der Ton besser ist. Ich nehme zwar leider sehr, sehr unregelmäßig die Spiele auf. Aber ich versuche möglichst etwas zu machen. Es ist nichts Besonderes. Aber immerhin. Die Qualität ist auch nicht die geilste. Ich weiß, viel KSI hat leider nicht so leicht machbar mit der Xbox. Aber was soll's. Da mein Plan mit dem PC zu gehen leider erstmal in keine Zukunft geschoben werden muss. Weil ich im Viererschein, okay, das hätte ich an sich zusammen. Aber das ist halt schon das Geschmarte, dass ich mir mal ohne Sport habe. Das muss ich dann mal ein bisschen stecken. was gibt's sonst? Das scheiße leider nicht so aber es ist relativ gut. Wenn man ein bisschen ist krass, oder? Okay. so ähm so halt so auf Warten, wo diese Welt zum Beispiel schon besteht, wenn ich das gerade ähm da bin ich jetzt tatsächlich schon mit in der ähm um um die siebzig Stunden bald. Das muss man mal bedenken, was das so eigentlich keine Zeit ist. Das ist ja schon lange Zeit. Schon lange Zeit. Gibt wahrscheinlich Welten ähm 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 mehr Aufmerkarte haben, aber ähm egal, aber wie jemand da das Gelegen spielt, ist das ja schon mal gar nicht zu sprechen, oder? so sich läuft das doch schon mal relativ gut. ähm ähm Ihr könntet mir gerne in meine Kommentare schreiben, wie das mit dem Ton ist das nicht hier zu oder mit dem Mikro oder Ödelkottenbeisch ähm 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 7. 7. Ich bin mit 33 Stunden. Also wie wird es? 8. 11. 12. 13. 12. 14. Ja, aber der Kanal ist halt, wie ich schon immer gesagt habe in anderen Videos, wie sowas will Abbi. Verwechslung war immer irgendwie großartig. Ich bin mir leider ein sehr, sehr ungeamistisches Ziel. Natürlich wird man sich nicht beschweren, denn so ist. Ich meine, da beschwert sich schon ein paar, äh, denkbar in der Zeit. Aber ich, das ist relativ ungeamistisch. Und macht das einfach nur, weil es macht schon Spaß irgendwo. Also, wenn ich gerade für die Sonne habe ich jetzt quasi überall ausgeweist, irgendwie. Der Weg ist natürlich wohl schwierig. Zumindest wohl unangenehmlich. Weil sich so ein wirklich geil betrieben ist. Ich kann über die Wänden, ja. Aber, ne. Es gibt Leute, die mit denen anhalten werden. Ja, das ist gut. 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 Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Die Luft ist gut. Das war's für heute. Ich habe mich nicht mehr auf den Ort, oder? Ich habe mich nicht mehr auf den Ort, oder? Oh! Und wenn man sagt, die Sachen nicht immer überhören lassen. Zumindest wäre das Schlau. Da. Da. Da müssen wir es aufpassen. Ein bisschen nebenbei. Ich würde es nicht an den Runden. Das ist ein bisschen für die Fögel. Da. Die Fögel, die Fögel, die Fögel, die Fögel, die Fögel, die Fögel. Die Fögel, die Fögel, die Fögel... Das ist schon wieder da, ne? Ja, dann würde ich hier mal wieder eine Rolle. Ich glaube, es ist ein Falki, das ist ein Falki, das ist ein Falki, das ist ein Falki. . . . . . . . Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist so schön bien. Keine Ahnung, da hält mal… das ganze Ja, das wird jetzt für viele wahrscheinlich sehr interessant sein, die ich hier besonders ansende. Aber was soll jetzt? Das reicht. Das ist ja, das ist wirklich ein paar Minuten, oder? Ja. Das ist gut. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön schön. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Dauer. Der wird wahrscheinlich den nach der Wiesel. So. Dann würde ich sagen. Ich habe gerne einen Kommentar. Wie es aufgefallen hat. Und. Ja. Und. Ich habe gerne einen Kommentar. Wie es aufgefallen hat. Ich habe gerne einen Kommentar. Und. Ich habe einen Link in die. Videobeschreibung zum Discord-Server. Das ist so schön One Case. Nur durchschau schon.